Hi ihr Lieben, ich bin's wieder, eure EM-Fluencerin Shanti. Ich seh so viele Videos von euch, wie ihr am Autokor so feiert. Und ich hätte auch so Bock drauf. Aber mein Struggle, ich hab keinen Führerschein. Ich hab was Besseres gefunden. Wuhu, schaut mal, ich steh auf der Rolltreppe. Leute, wuhu, wuhu. Oh mein Gott, da kommen zwei heiße Security-Typen. Die wollen safe mitfahren. Bloß runter von der Rolltreppe, du kriegst Hausverbot. Ey, fass mich nicht an, ich bin leid.